so ich habe mal wieder ein paket aus china bekommen ich weiß auch schon was drin sein wird das ist nämlich auf die große version dieses lautsprechers habe ich noch gewartet ich habe in einem anderen video schon mal die kleine version gehabt music wireless speaker mega bass so sieht das teil aus die kleine version war in etwa so lang ging vom klang her gut da ist das ladekabel drin war aber jetzt nicht so der mega burner so jetzt gucken wir mal ob er vielleicht noch durch zufall ein bisschen geladen ist okay okay dann schnappen wir uns gleich mal das handy suchen wir das teil zack bluetooth mode naja wie könnte der jetzt heißen suchen wir gleich mal bt speaker bt 2005 bt 500 bs 500 oh mein gott tweak so die frage ist wie heißt dieser speaker nein mit dem wollte ich nicht verbinden ich brauche ein neues gerät so also er ist im bluetooth mode aber ich finde ihn nicht könnte er heißen man weiß es nicht rd 2000 b vielleicht ich habe keine ahnung wie das ding heißt steht da vielleicht auch was drauf no auf jeden fall so sieht er erstmal aus so hier hat man usb micro usb anschluss aux anschluss und ein sd kartenslot so jetzt haben wir natürlich das problem dass ich immer noch nicht weiß welcher speaker das ist bt speaker ja es hilft mir nicht weiter tweak verfügbar ja da ist er bt speaker also ist er es doch ok so jetzt haben wir ihn verbunden jetzt werde ich mal gucken wo ich schnell ein bisschen mucke finde dann suchen wir mal freier mucke so fm mode nein bluetooth mode ok weiter geht's ich hoffe wir haben wir die verbindung wieder bitte ja das war's auch schon low battery please charge power off ok dann müssen wir halt das ding mal schnell anschließen aber was sag ich da wie schließe ich schnell an wir schließen das ding mal schnell an den an dem rechner an so testen wir das noch mal aus bäm einmal aus einmal an bluetooth mode und dann geht's gleich weiter ja und und Bis zum nächsten Mal. Am I safe for walking out on us, or am I losing touch? Too many games, now all our chips are lost. Oh, luck was not enough. I opened my eyes, and now I feel like we're getting to work. Too many games, now all our chips are lost. Too many games, now all our chips are lost. Too many games, now all our chips are lost. Too many games, now all our chips are lost. Too many games, now all our chips are lost. Too many games, now all our chips are lost. Too many games, now all our chips are lost. Too many games, now all our chips are lost. Too many games, now all our chips are lost. Too many games, now all our chips are lost. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dann haben wir noch was anderes Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren Bis denn dann, ciao!